Go Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play League of Legends mit dem Vini und den Lurax, dem Tankbomber und dem Nagato. Und ja, der Vini und ich wollen jetzt einmal für euch den Blue Estuary ausprobieren, ist das so? Richtig. Dankeschön. Und ja, mal schauen, was wir hier so Sensationelles drauf haben. Wir müssen mal wieder gewinnen, denn die letzten zwei Runden haben wir mal wieder verkackt, ne? Da muss man mal wieder einen Win reinkommen. Das Gute ist, man ist mehr, man verkackt, desto höher ist deine Chance, wie hast du in der nächsten Runde gewinnst. Ähm, jetzt zockst du auch mal, wiegst du hier einen vernünftigen Supporter hier? Tarek oder so? Tarek! Komm her, Tarek! Sei ein braver, Tarek! Komm her, ne kurze Leine. Was macht der Vini denn da? Was machst du denn da? Uh, wie ich dich getroffen hätte. Vielleicht will ich gleich gerne, dann so weiter machen. Scheiße! Ja, by the way, Vini nimmt natürlich auch wieder auf. Ihr könnt aus seiner Sicht sehen, wenn ihr Lust habt, wie Vini mit Tarek. Tarek, okay, ich nenne es Tarek, nicht immer so gay, Tarek. Okay, okay, ich wette, weiß nicht, wie ich laufe. Uh, da hast du denn da nicht mit gerechnet, dass ich da... Ah, da hab ich den verarscht, ey. Oh, das hat er vorher gesehen, ne? Achtung, okay, jetzt snipe ich die gleich ab. Du hast zwei Sekunden wegzulaufen, dann snipe ich. Eins, zwei, okay, ich fang an zu snipe. Nein! Nein! Wäre getroffen. Wäre getroffen. Uh, wir müssen so Minigames in League of Legends mal machen. Ich bin Timo, ich bin Timo. Catch with Timo, richtig. Oha, mein erster Lass wird. Was für eine Situation. Ich bin Timo, ich bin Timo. Hier geht's明. Oha, lederps Up blush! Lass ich Flugzeugstress geradekraft. Is bourre! Jetzt war halt das Fenster ungemützulaufen bei einer Aufnahme zu machen. Oh, hast du denn Damage gesehen? Open, ja. Ich weiß. Bis dann sei Gleich, kannst Du einfach mal gut treffen. Dann kann ich sogar vielleicht gleich eine ganze Combo treffen. Warte und Level 2 Uh, da frisst die Katelyn noch Da muss er sich erstmal mit ein paar Autor-Tags hochdrehen Die Supporter hat schonmal ein Dings geused Sie rusht auch den Philosophus drum Ohja, ohja, sehe ich auch gerade Das heisst dann hat sie ja nicht gerade viele Wards, ne? 2 Wie das die Supporter sagen, dass ich so kenne Was hat Katelyn? Oh, sie hat Tränke, ok Dann lass sie mal nicht unbedingt fokussen Alles klar, noch mal Support fokussen Oh, hast gesehen wie ich sie bei mir geschnappt hab Komm, schnapp sie dir alle Flauschikus 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 Das war auch außerhalb des Gebüsches Ja, man sieht es, wenn es kaputt geht Ja, aber es war auch außerhalb des Gebüsches geplantet Weiß nicht, worauf du hinaus willst Bitte? Weiß nicht, worauf du hinaus willst Wenn, wenn da ein Ward weggeht Ja, ist mir klar, aber das Ward, das stand doch außerhalb des Gebüsches Ist es kaputt gegangen Ja, ist noch so schlimm Ja, warum stellt man ein Ward da unten Weiß es ein Fail Ward ist? Ja Bist du ein Verein Ja, ich bin dabei Ja, ich bin dabei Warten Warten Ja Ja Jawohl Ja, ne Und dafür haut es ja noch hier ganzes Mahle raus Guck sie mal ein bisschen Ja, da muss ich den Kuh wollen hochschießen Der farmt wahrscheinlich bestimmt nicht gut Echt Ooooooh Schade Der hat ja geflasht Schade, dass ich den Q gemisst hab Wäre aber auch nicht tot gewesen, ne? Wäre nicht, ne? Ah, sie stayed, oder? Ja, sie ist noch auf der Lane, verstehe ich nicht Ich würde mal einen Lenkstrick hier Schade, da will er jetzt snipen Da will er sie Hier und jetzt, pass auf im Jungle auf, bitte Wir können auch richtig aggressiv ihn holen, ne? Machen wir mal nicht, ne? Mit Flash und allem Ne, so ne Scheiße machen wir nicht Musst du nur einmal den Q treffen, oder sie kriegen Das war ne verkackte Scheiße machen wir nicht Das war ne verkackte Scheiße machen wir nicht Das war ne Das war ne Das war ne Ich hab noch nie so richtig angezockt Obwohl er eigentlich auch ganz schön stark ist So steht da am Rework, bitte? Ja, das wundert mich auch die ganze Zeit Davon hab ich am Anfang geredet, über gesprochen Genau das versuche ich dir die ganze Zeit zu verliquen Für Jacks zum Unjumpen? Nein, das macht auch keinen Sinn Ich hoffe nur mal sagen was cool rüberkommt Ja, ne? Hab ich mir gedacht, komm, krieg da noch eine von mir Okay, sind beide rum Okay, verwandelt mich nochmal Katelyn verhindert, will verhindern, dass ich Oh, der Attacks landen Ja, damit, dass ich die Und vor allem, dass ich auch Ähm, dass die Lasted da am Cut auf den Pool bekommen Wann bist du? Sechs? Jetzt Warte, bist du bereit? Dann flasche ich mich gleich an Katelyn Bereit? Ja Nice, ey Finde ich geil Hab mir ja richtig zahm gemacht Oh, da kommt der Jungler Der sechste Lauf, Lauf, Lauf Der bleibt dann Ist besser Ist sicherer und besser, Alter Das war ja grad richtig nice, ne? Boah, das hab ich ja abgesprochen Das war ja richtig kranker Damage Den haben wir ja mehr als weggerotzt, ne? Der hätte ja auch fast doppelt Er hätte auch Barrier rausgehauen, ne? Aber hat War so gebufft durch meine Dings Boah, das war aber auch gerade Halleligalo Mein lieber Scholli So, Blue Estery Dann müssen wir ja hier Oh mein Gott Ich bin so Am Arsch Komm, mein Items an Nice, ey Nice, ey Nice, Digi Nice Nice, Digi Nice, wow Das ist auf jeden Fall jetzt hier ein nice Items Uiuiuiuiuii Habt's auch nochmal reingeschrieben Ich hab auch neue Items Aber ich hätt gerne noch das Wort Item gehabt aber zuhörig sind Aber Dings hat auch immerhin Nacken Longsword. Ja, stimmt. Aber, guck mal, ich bin von der AD Also, sie hat kein Dings, ne? Kein was? Kein Lebensraub. Oh, ja. Dann schieße ich jetzt ein bisschen ab. Nein, ich hab so viel AD, dass ich mit Hilfe vom Tower Ich bin hier noch gerade am Lasted, ne? Ja, ich nerv's ja noch. Ich hab genug Mahnarek. Ne, hat die nur so viel Mahnarek? Ich hab so viel raus. Mal so viel unnötig, wo die Kuh kann sie mal raushauen, aber Das tut natürlich jetzt schön weh mit dem Dot noch. Oh, weil der mal trifft. Wann getroffen? No. Oh, als würde sie bluten. Da kommt schon wieder ein Jungler. Okay, das ist unser. Ich weiß gar nicht, ob das geworden ist. Ja, das geworden. Ja, das geworden. Schön. Wir haben's unter Kontrolle hier. Wir haben's richtig dick unter Kontrolle. Die Party, die Party ist am Lauf. Jax, 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 Jax. Boah, ich würde die drauf. Mach weiter, Kuhs. Schade. Ja, okay. Jax, ne? Ziemlich stark. Jax. Wow, wir kommen. Er hat Ulti, er hat Ulti. Ich weiß, ich weiß. Er würde mit Ulti wahrscheinlich draufgehen. Oh oh. Er hat keine Kamera. Nein. So. Aua. Wie viel Gold hast du? Hast du 1.500 Gold? Ne. Bist du, bist du staying? Ja. Kannst mich noch hier und alles. Komm, komm, komm. Egal, weg. Wird geflasht. Brauchst du mal mehr Maler? Ja, ja, ja. Wie, wie viel Maler soll ich haben? Ne? Wie viel Maler, wie viel Gold meinst du soll ich haben? 2.500. Wieso das so? Was gibt es? Da gibt es ein Mana, eine Trainer plus, äh, Lebensraum. Da gibt es auch eine Trainer. So, dann. Wichtig. Hm? Trainers noch wichtig. Ja, genau. Sehe aus. Verlemsraum, ihm was hat noch ein paar Trinken. Ich kann es überprüfen. So, vamos, 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 vamos. Kannst mal schon mal eh machen, ne? Ja, ja. Ich mach mal schon, dass mein Q ist, wenn ich schon mal ein paar Auflagen bekomme. Wieso ich gleich halb oben auf der Lane wieder bin. So, wie sieht es denn aus? 90er-Farm von mir und von der Kate-74. Mensch, da hab ich outfarmt, jawoll. Back, back, back. Zu viele Minions waren auch da. Ja, Minions sind echt Counter gegen Astray, weißt du? Ja, guck mal. Dieser Minion macht 30 Schaden, ey. Einen kleiner. Die Digger hier 52, klar, ey. Sag Bescheid, wenn du bist und was ready hast. Hast du IT? Ja, ne? Hast du Barrier und Flash? Ja. Ja, Caitlyn hat keinen Flash, ne? Sollten dann gleich mal angeben, ne? Ja, halt. GG. Good job. Boah. Hat auch noch ulti drauf. Das, aber wenn ich dann so einen Q nicht treffe, das ist einfach dann lebenswichtig, ne? Ja, wenn ich auch rüberkomme, hätte ich geschlagen, ja. Ja. Ich kann andere Fehler machen, aber es gibt einfach manche. Das wäre jetzt, die müssen dann noch wirklich setzen. Genauso wie dieser da. Dort ist drauf. Ohhhh. Dort war drauf. Gut, dass ich meine Arcane, äh, nur meinen Essenzflux, dann noch mein W rausgehauen hab. Weißt du, machst da gar nicht so wenig Schaden, ne? Nö. Minna, guck die Farbe. Nein, bist du nicht. Andere haben jetzt schon den und den Farben. Andere retten jetzt den Farben, den Zed hat. Ja, Zed ist auch Pro-Gamer. Zed hat auch nicht ganz halt hier so viel zu kloppen. Irgendwas stockt Zed irgendwie in Rise. War ja auch nicht so gut gegangen. Ne, ist auch nicht. Obwohl es ein normal Game ist, ne? Ja. Run and Counter halt, ne? Macht auch die Schaden? Nein, das kann auch nicht so gut sein. Oh, was schießt der? Ja, gewollt da. Seh noch, äh, Tower. Oh, der war dran rein. Oh, der war dran rein. Oh, es stehen alle, ich hab auch gleich noch einer. Hier sind Falle, lauft immer rein, bitte. Mach ich schon. Oh, weg, die Falle. Oh, weg, die Falle. Ich schreibe mal, dass wir keine Hilfe brauchen, ne? Ja. Der würde hier nur ein Gebüsch schillen. Ich würde lieber woanders gehen. Boah, Mannhaus sah ganz gut raus, ne? Ah, danke. Jetzt kommt nur in Watts. So, wo ist denn die Caitlin hin? Z kommt glaub ich kurz. Wo ist die Caitlin hin? Nein. Meinst du sie richtig zu sehr auf? Nein. Dann bin ich hier. Meinst du sie richtig zu sehr auf? Jax kommt. Wollen wir das drauf gehen? Ja, Warby kommt auch. Ja, shit. Da hätte ich noch drauf aufpassen müssen. Ist das nicht so direkt passiert? Der ist tot. Boah, da auch deinen schönen Gebuff da noch. Boah, Mann. Das wird jetzt natürlich sehr, sehr viel wegnehmen. Wird wissen, ob Caitlin afkar ist. Die sollen nicht afkar sein. Das heißt ja dann wohl ganz klar, dass die vertrieben haben aus dem Match. Hehehe. So, geil. Jetzt habe ich schon mal einen Web-Buff. Ein Blue-Buff ja noch geiler gewesen. Ne, da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Perfekt, geil. Sie ist wieder da. Lass ein Q treffen. Okay. Das ist natürlich so bitter mit Q. Wie viel Gold hast du? 2.900. Scheiße, Mann. Wie viel brauchst du für dieses eine Item? Ich glaube, ich gehe gleich mal weg oder so. Wir sollten nachher immer ein bisschen aufpassen. Ja, da kommt doch schon wieder Jax. 3.250. 3.250. Mech, mech. Hier frisst man RedBuff. Und werde gesloat von mir. Ja, lass mal beide nicht weg brauchen. Ja, ich bin auch ziemlich um. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, ich tue das jetzt nämlich gerade weg. Ja, port... äh, warte nur. Wollen wir eben noch warten und... Na egal, porten wir jetzt, ne? Ja, die werden wahrscheinlich eh nicht viel weiter pushen. So, was gibt's denn jetzt für 3k Gold, der das? Ähm, ich würd sagen erstmal Boots. Und dann... Können wir ja erst in letzter Atem zukaufen. Nein, ne? Ne, wir werden das jetzt ganz easy einfach mal... ... dieses Atem hier kaufen. Mal gucken, ob wir uns die hier noch gleich weiter kaufen können. Ja, komm, verkaufen wir die noch. Und dann sind wir jetzt auch schon mal ein bisschen tankier. Beweg dich. Haut deinen Ulti hier unten durch. Ich hoffe, die hast du gut gesetzt. Ich hoffe, die hast du gut gesetzt. Danke. Oh, knapp. Oh, jede Sekunde, die sie länger da bleibt. Weiter, drück, 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 drück. Kriegst du nicht, ne? Brom, Brom! Ja, okay. Scheiße, ey, viel wenig CD, ey. Boah, das war schon ne Bootset, ne? Jetzt jedenfalls schon was Alts zu Ende kaufen können. Falsch. War eine gute Frage, wie viel Kosten? Ja, 700 kostet das. Ausgebaut. Besonders 700 für dein Kugelstuhlzeit. Ja. Halb andersrum. Ja, okay. Fuck. Hätte ich halt anders kaufen müssen. Ich habe mich erst für meine Boots entschieden und dann... Nein, jetzt bist du so hässlich leise bei mir. Jax kommt. Danke. Er jumped gleich über die Uhr an. Wir haben, wir haben, ja, der Video nicht. Wir haben gerade bisschen so Probleme mit unseren Soundsettings, etc. Jetzt habe ich da nicht so einen blöden Haken dabei gemacht. Jetzt habe ich das bei Skype automatisch angestellt. Der Preis wäre alle weg, alle weg. Stell dir vor, ich habe hier das Item schon ausgebaut. Dann wäre jetzt noch ein dickes Load geworden. Vorsicht nicht. Wird auch so schon. Ryze kommt wieder. Schießen ab, schießen ab. Treff jedes mal zwei jetzt. Wie geil ist das für dich hier, was wir gerade machen. Der war schnell. Bist du bereit? Wir machen da was richtiges? Bist du bereit? Wir machen da was richtiges? Ja. Bist du wohl? Ein, ein, ein Kündchen. Scheiße. Ein weiterer. Der wäre down gewesen. Egal, wir haben wieder genug Zeit hier. Du musst... Boah, weiß nicht. Kannst du irgendwie noch lauter oder so sprechen? Ja, alles gleich sprechen. Ein bisschen lauter. Ja, okay, gut. Wie aufladen hast du einer auf deiner Dings? 345. Tu dann, der! Was ist denn? Schießen ab. Nice ey, was hier abgeht ey. Hast du ulti? 37 Sekunden, aber gut gefightet. Schade, das ist wie gesagt mein Sloan. Warwick holt sich, aber würde ich sagen jetzt feite. Wenn das gut anstellt. Nein! Wo kam der Rice denn her? Was, du hast so lange noch gebraucht zum Port? Ich dachte, du wärst schon lange weg. Ich hätte ihn gesehen. Hast du ihn gesehen? Ja, hätte es aber nichts machen. Was war denn da so schnell? Wieso hast du lange drauf gebraucht? Ich hab auch mit Esther ein bisschen verspätet. So stirbst du auch. Wer weiß ich nicht, sorry man, machen wir den ersten Dev. Entspann ich. Ja. Man kann es auch ohne Devs mehr. Das sag ich dazu. So ist es so. Hier lang! Hätten alle ja gesorgt. Stellt er es mir vor. Weiß mein erst wieder da. Boah, alle 3 gehittet. Nice. Ich dachte schon, ich würde ihn bekommen, aber nein. Ich wollte ihn noch nur kurz holen. Das ist aber noch keine Platz. So, so. Dann holst du den hier durch. Du hast die Gruppen. Das ist gut aber auch weh, ne? Ja, das Item hätte ich einfach eben schon gebraucht. Dann hätten wir sie so tot getaktet. Und die Taktik aus. Gut. Ja, die Botlane läuft doch super eigentlich für uns. Gut. Ja, die Botlane läuft doch super eigentlich für uns. Genau, einen davon. Guck mal, den Farm an, Junge. Z-Z-Farms ab. Vielleicht nicht. Das drückt aber auch eh, ne? Sag ich jedes Mal gerne. Hm. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nein! Nein, das kauft man sich damit nicht. Äh, ich meine. Ich brauche jetzt mal einen Leihstilbau jetzt. Ich brauche jetzt mal einen Leihstilbau jetzt. Klingesgeschöpten Königs. Letzter Atemzug. Guck mal hoch. Guck mal da. So, mal schauen, wie es so aussieht bei uns am Team. Sodnettbeinkraft ab. Hier drin! So, jetzt habe ich nämlich was neues, wunderhübsches, dankeschön. Oh boi. Komm, bleib. Ich bin doch schon da. So, was macht Schünder mehr denn da? Was macht Schünder mehr denn da? Was macht Schünder mehr denn da? Echt mal. Ich werde mir überhaupt... Jetzt ist er weg. Sitzt er da dran? War er da dran? Nein. Das ist ein Slit-Posher, der weiß was er tut. Er ist innerhalb von ein paar Sekunden weg. Hab ja nix nicht. Er ist in dem blutigen Poke. Dacht ich mir schon irgendwie. Okay. Verstehst du das auch noch? Danke. Machst er ja auf Damage so im Kreis. Nee, ne? Ja. Ah, der Mist. Oh, der hätte mich gerade fast verklickt. Ich hätte mich fast gerade in die rein gedinktet. Das war knapp. Poke. Poke sie tot. Und kurz back. Alles klar. Okay. Ich hab schon Zahme reingetroffen. Ihr Sohn ist auch ein Rise, ne? Sollten wir vielleicht töten Moin Nice Backdoor, Backdoor, Backdoor Das ist kein Backdoor, das ist Kranke Sachen Du fahrt uns eigentlich Gute Frage an Ah, sie töntet ihn doch, oder? Ja Wir hätten hier mal hier oben die Kayte noch bekommen sollen Rise von hinten, Rise von hinten Rise Backdoor Ich hab 5 Wupples GG Bam Hier oben die Kayte Alter Ja, die hol ich mir Gesehen, sie hat uns gesehen Zurück kommst du Doch nicht Aber keine Flash-Action, oder? Aber keine Flash-Action, oder? Verdammt Was, was pushen die Lanes? Das sind alle so krank So, ich glaube, dann paul ich mich auch nochmal schnell zurück Stehen wir so verdammt viel Gold Wie viel? 2.000? 500 Achso, viele Kayte's gemacht? 2, oder? Ja, weil ich farme die ganze Zeit wie so ein kranker Hohensohn Arm ist cool Entschuldigung Arm ist cool Kauft du dein Besten-App noch Mana im Moment, ne? Ja, und das gleich Klasse Schatz, irgendwie schön Wieso geht unser Set immer auf den Supporter Das Wichtigste ist, dass der stirbt Qua Wow, wir fokusten auf den Supporter Du musst einmal ganz gut backen Schreib das mal ganz ehrlich, ich kann grad nicht schreiben Ich zieh auf, wenn sie so einen Supporter zu fokusten Schreib das mal bitte und dann Ende machst du es Okay Warte mal Machen die den? Ich ziehe ja Macht der gerade Solo? Mh, hier gehen wir noch Sprotter still Ich hab auch die geilsten Boots dazu Nein, ich hab's zuerst Mh, die Mission Ward Woh was macht der nachschönen ja dann lasst es ja dann hat man eine konkurrenz das ist die klinik der notiert das ziemlich schlauer mit mini 10 türen kommen nicht der ist irgendwo der war ja auch irgendwo ich hab die Medizin angegriffen Ich hab ihn getroffen was sind Jax? ja hier sind zwei hier ist Trinna mehr plus Dings nicht rauf gehen das schaffen wir nicht Trinna mehr bot Habt euch Stun hab ihn tut ihn richtig sick was hier dann abgeht richtig sick ey so klar ich bin fast vorher selber ich bin grad nicht schlecht ey eigentlich ich mach eigentlich gleich ganz gute Aktion ne ist echt so man muss ja mal selber loben chill noch mal ein Chat für dich das war ganz gut Klinge ist auch geil ne ich glaub ich muss das Fenster zumachen oder? ja hast du wieder die Kettensäge ausgepackt? ja hörst du das nicht? viel abgezählt hast du eigentlich nur noch seine OID 50 aber dann durch das ganze rumgeballern hast du ihn ja fast gefreut deine komische Munde? oh fuck ich hätte mal noch ein bisschen mehr gold nehmen sollen damit ich rechtzeitig meine Munde habe ich mach mal kurz das Fenster zu Freunde jetzt sind wir hier so einmal diese hässigen Gärten eigentlich kann man nicht dulden ähm 20 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 200 pink water können aber mann das war ganz ehrlich tuner mehr macht er wieder in soloschalte Ja, okay. Es ist okay. Zweiten, dass ich hier. Dr. Squalby. Ja, nice, würde ich sagen. Das nennt man OP. Da trifft er ihn. CD, CD, Wahnsinn. Hier und schon wieder eine Kate. Oh ja. Back. Das ist ein Tower Dive. Verarscht. So geil. Verarscht. Das ist kein Blutcrank. Stimmt. Einmal wäre ich aber gerne eine. Nein, bleibt da stehen Minions. Shit. Hier oben schießen, bitte. Ich mach das schon. Das tut aber auch weh, ne? Ja. Ich glaub die Dings wird gleich sterben. Ich glaub das wird tot in mir. Oh nice. Da klappt die Kate ja nochmal weg. Ja. Nicht ganz. Doch, doch sogar. Nice. Er hat auch geflasht. Ich ticke. Ich ticke. Ich ticke. Ich ticke. Ich ticke. Ja, das war wirklich ne wunderschöne Runde. Und die sieht ja auch positiv aus für uns. Ich ticke. Ein kleiner Mann da unten, ne? Den sollten wir aufhalten. Ja. Jawohl. Eure Team hat einen Turn zerstört. Huch. Der Gegner hat einen Turn zerstört. Wohin war diesen Enrache. Eure Team hat einen Turn zerstört. Eure Team hat einen Turn zerstört. Eure Team hat einen Turn zerstört. Boah, ey, naja. Stinke macht unser haltes Base kaputt. Was ist das grade drin? Ich will das von der Akku. was wir haben was gesehen wurde er ist wegfloppen er hätte ich vielleicht sogar fast auf jeden Fall extrem keine Runde und er hat das war der Bluerstuhl der gefällt mir noch besser als der normale Musiker oder ich glaube ich spiele so auch Blue macht schon guten Schaden ja auf jeden Fall und ich meine die Mahle-Munde hat sich vielleicht ein bisschen spät erst aber wenn du die hast dann ist es echt wirklich in dem Gelände würde ich sagen Freunde das war's und bis zum nächsten Mal tschüss